Musik 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 Un's Musik Musik Was? 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 Jubel! Wir spielen den 30-jährigen Krieg hier. Wir stehen vor Freibergstoren, die Schweden, und werden von den Freibergern aufgehalten. Ein Schuss in ihrer Zähne. Ich gebe nur noch. Feuer! Selbstständig machen! Still starting, go! Stimm? Feuer! Feiere! Feuer! Schande, so gut! Die Böhm ist schon wieder in der Beise. Maria, wir laufen unsere Werkstatt und dreifache, weg, 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 weg. Musik 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 Hinter ihnen stand zur damaligen Zeit das Peterstor, welches durch die Schweden fast gänzlich zerstört wurde. Wer es noch einmal sehen möchte, wir machen diese Vorführung morgen nochmal um 10.30 Uhr. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Applaus